The Voice of Germany, das Megafinale. Lina, Andre, Marion, Charlie N. Wer wird The Voice of Germany 2014? Aber die Talents rocken die Bühne nicht alleine. Diese Weltstars unterstützen sie im Kampf um die Stimmen der Zuschauer. Olly Mörs, Ella Henderson, Hosea, Take That, Ed Sheeran und David Guetta. Ein allerletztes Mal haben Sie zu Hause die Wahl. Schalten Sie ein, erleben Sie ein Finale, das es so noch nie gab. Und entscheiden Sie ganz alleine, wer The Voice of Germany 2014 wird. The Voice of Germany, das Megafinale. Nur am Freitag um 20.15 Uhr in Sat.1.